Eine Märchenhochzeit zum Start in die Ehe, das ist immer noch der Traum für manche Brautpaare. Serviceanbieter, die bei der Verwirklichung dieses Traums helfen, sind sehr gefragt. Das wissen auch die Mitglieder der Werbegemeinschaft und deshalb hat ein Team eine Hochzeitsmesse im Vereinshaus organisiert. Wedding Night hieß die Veranstaltung, bei der sich zukünftige Brautpaare rundum informieren konnten. Heute konnte man schon ein bisschen in seinen Hochzeitsträumen schwelgen. Denn alles, was das Herz, vor allem die Braut begehrt, war hier auf der Messe zu sehen. Bei Kosmetikstudios und Friseuren konnte man sich beraten lassen. Es gab edle Eheringe. Gedecke, Hochzeitstafeln, Tischschmuck, Hochzeitsfotos. Ja, die Auswahl war groß und manche Entscheidungen brauchten gewiss eine lange Bedenkzeit. Die Modenschau, moderiert von dem Trauredner Andreas Schaufler, wurde von dem Brautatelier Dornröschen aus Nürnberg präsentiert. Der Traum, in einem weißen Brautkleid in die Kirche oder zu einer freien Trauung zu schreiten, ist nach wie vor ein heimliches Begehren mancher junger Frau. Die Kirche oder zu einer freien Trauung zu schreiten, Die Kirche oder zu einer freie Katzen, Hier konnte der Traum mancher Braut geträumt werden. Bei Prämierung der Models unterstützte das Publikum die Wahl der Jo-Joren. Nicht zu vergessen die Hochzeitskutsche. Auch ein nobler Oldtimer wird gerne gemietet. Zum Abschluss die Feuershow. Die kann auch für die Programmgestaltung des Hochzeitsfestes gebucht werden. Nun gilt es nur noch für jedes Paar die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber dazu werden sie ja noch hoffentlich reichlich Bedenkzeit haben.